Fast Fashion hat enorme Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Die Modebranche verdoppelte ihre Produktion in den vergangenen 15 Jahren. In jüngster Zeit wächst jedoch das Interesse an einem kreislauforientierten Produktionsmodell. Eine Upcycling-Marke in Barcelona hat bereits 30.000 kg gespendeten Denimstoff wiederverwendet. Man gibt der alten Kleidung eine neue Verwendung, indem man sie entweder zu anderen Produkten wie Taschen oder Geldbörsen verarbeitet oder indem man sie schreddert und daraus einen neuen Stoff herstellt für eine neue Modekollektion. Naturfasern wie Baumwolle und Denim sind viel leichter zu recyceln als synthetische oder gemischte Fasern. Allein in Spanien werden jedes Jahr 23 kg Kleidung pro Person weggeworfen. Nur 12% dieser Menge wird recycelt. Das Recycling von Produkten wie diesem ist nur einer der Schritte. Es ist auch wichtig, den Ressourcenverbrauch und die Umweltverschmutzung bei der Herstellung der Stoffe zu reduzieren. Josep Morey ist Geschäftsführer einer Färberei. Was zu den umweltschädlichsten Verfahren gehört. Seine Fabrik hat dank der Digitalisierung der Maschinen, die den Wasserverbrauch und die Kohlenstoffemissionen kontrolliert, den Ressourcenverbrauch reduziert. Wir haben eine Wasseraufbereitungsanlage und auch seit 20 Jahren eine Abgasfilteranlage. Die Kläranlage ist 37 Jahre alt und der Gasfilter ist 20 Jahre alt. In diesen 20 Jahren haben wir 59.000 Liter Öl gesammelt, die in die Atmosphäre gelangen würden. Das heißt Öle, mit denen die Gewebe behandelt werden. Er arbeitet auch an einem ökologischen Färbesystem, aber laut seiner Aussage sei die Modeindustrie nicht bereit, mehr für nachhaltige und zirkuläre Textilien zu bezahlen. Eine Expertin sagt, Ein Großteil der Konsumenten kommt aus dem Westen, aber 80 Prozent der Produktion findet in Asien statt. Die Art und Weise, wie wir produzieren, ist ebenfalls sehr ungleich. Wir müssen unser Konsumverhalten verändern. Wir können die Produkte nicht wegwerfen. Wir müssen überlegt einkaufen. Wie kann es sein, dass ein T-Shirt 8 Euro kostet? Was verbirgt sich hinter diesem Preis? Die Verbraucher sind das wichtigste Puzzleteil bei der Reduzierung von Billigkleidung. Aber auch die Modeindustrie sollte schneller zu einer nachhaltigen und zirkulären Produktion übergehen. Das war's für heute! Die Verbraucher sind das wichtigste Puzzleteil bei der Reduzierung von Billigkleidung.